und noch erster geworden ach leute was soll denn das werden 15 sekunden okay dann insgesamt von 30 25 punkte ok da fahren wir noch mehreren alles erreicht das erste reich mal die meisterschaft abgeschlossen haben und reputations level 28 jawohl neue farbe amaranth neue lackierung und unser mitsubishi lancer iwu hat ein neues motorenlevel 1 jetzt geht's nach deutschland zum rt rally cup auto wir wollen natürlich uns gleich das neue muster mal kaufen und die neue farbe da kommen noch ein paar farben aber da kann man dunkel billet kaufen am marant damals auf kopf ok sehr schön veranstaltung ist immer im oktober es geht zum nach deutschland fahren sie sauber finden sie die richtige vorsprung und siegen sie auf den asphalt doranthal 1 man nicht in berlin sehr cool auto wenig von mit in so ein iwu aerodynamik ist in einer woche bereit sehr schön wir starten das rennen denn wir wollen siegen 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 trockenasphalte ok starten wir noch im cockpit sicherlich aber manchmal die nahe cockpit ansicht und vor mit der hälfte und dann mache ich wieder die außen ansicht die lenkung seit direkt zum glück sind ja von asphalt hier noch vertreten das passt soweit das muss man merken asphalt kann ich viel viel später ein einlenken eintreten als sie bei shot oder sonstiges aber von der zeit her 40 auf schlamm schlamm passt das ok dann haben wir sehr schön rumgericht 100 langsamer rechts 3 enger oh auge auf die straße mist 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 ja machen wir doch zweiter sektor 5 sekunden rum 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 scheier schade 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 bisschen vom gas gehen hier das funktioniert eigentlich auch ganz gut 40 rechts 4 schneid 80 links 2 sperre außen oh god oh god oh god jetzt sind wir mal was sagen können oh ne ganz überhaupt was so die helft haben wir gleich erreicht dann wechsel ich nach außen oh god oh god oh god du halt deine klappe bis zu nichts nütze links 4 in rechts 3 enger der hat immer gut reden der kerr 40 links 3 so der dritte sektor auf kupfer links 4 links 4 eine gute zeit im letzten abschnitt jetzt schon das rennen wir ja das sieht sehr gut aus ich mach das auto noch leichter haha er braucht denn schon einen kotflügel und kofferraumhaube alles unnötig gewicht sprung rechts 6 in links 6 so ein bisschen bedenken dass der ego mehr power hat und dass wir mit knapp 160 über langfähigen hier wissen dass ich da öfters mal vom gas gehe hier im vierten vierten sektor 12 sekunden alles früh durch tor durch tor ah das passt ich bleib mittig alles cool doch noch nein nicht an diesen hässigen stein kleben bleiben das wäre fatal aber das haben wir gemeistert rechts 3 vorsicht doch nicht links 4 bisschen vom gas gehen ja die will ich nicht unbedingt begegnen auch nicht schon wieder aber wenn dahin bleibt ey das ist so grausam ja wir wollen ja auch gewinnen Mensch Junge links 5 enger in links 3 sperre außen oh 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 nein 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 ja das sagt was sollst du ja machen für mich für was bist du da schmeiß dich gleich raus oi 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 da muss aber jan schon demoliert müssen wir mal gucken ob wir das heute wieder hinbekommen ob uns das ob uns da noch genügend reparaturzeit ist automatisch reparatur 5 minuten oh knapp an der grenze aber das haben wir noch gut im griff bekommen voll los mit unserer Glückskennzeichen so bring mal jetzt die ganze ja jetzt die ganze Strecke wieder zurück oh sehr schön 100 ein bisschen ordentlicher hier vor links 4 ich diese an dieser Steine mitnehmen rechts 5 lang 40 rechts 5 rechts 5 links 4 bremsen 60 durch Tor rechts 2 saun innen bleibt mittig links 4 links 4 enger 200 sprung bleibt mittig links 6 dann rechts 6 langsamer links 3 bäume aus rechts 5 links 6 da qualmen die Reifen gerade mal den ersten Sektor geschafft ok 300 auf der Rückruhe also auf der Hinruhe also auf der Hinruhe gegen das zum Zacken schneller langsamer rechts 3 bäume außen 40 links 4 dann merkt man doch schon die G-Kräfte rechts 4 bleib mittig mach ich kollegio mach ich 80 auf Kupfel rechts 3 bäume außen das ist krass 80 links 2 enger dann rechts 4 Oh, rum, 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 rum. 60, links 2, dann rechts 4. Oh, oh, sehr schön, quer. Quer, quer, quer. Gucken, ob wir unsere Zeit verbessern können, weil das konnte ich mir gerade nicht erklären, warum... Oh, da der Sektor rot ist, so viel habe ich eigentlich nicht verkackt. Links 4, auf Asphalt. 60, rechts 3, lang, rechts. Ja, 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 geil, geil. Darauf habe ich eigentlich gewartet, mal wieder, seid schön, einen sehenswerten Überschlag. Ich glaube, das hat uns jetzt nur miese gesch... miese gedreht. Ja, nochmal verschlechtert. Mist. Na gut, wir haben im ersten Rennen ordentlich Zeit vorgebaut, aber... Wir dürfen uns jetzt nicht weiterhin verschlechtern. Sonst ist unser guter Ruf im Eingang, ne? Das wollen wir nicht. 40, kehre links, lang. Wir wollen hier rum, um, 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 um. Gib alles. 40, links 5. 40, rechts 6. Kehre rechts, Handgrenze. Kehre, Handgrenze. 60, links 4. Dann links, würde es jetzt schon das Rennen beenden? Schade. Nicht immer so kraftvolle, nützlose Worte in den Mund nehmen. Was Sinnliches, was Betonliches, was Sinnvolles, Handgrenze jetzt so rum. Das haut hin. 60, rechts 6. Das haut hin, super. So, der vierte Sektor. Jawoll. Genau, das ist Zeit, die ich sehen will. Hau mal bei der Kerne jetzt so ein bisschen was rausgeholt. Kehre links, Handgrenze rum. Nicht gegenlenken, das macht er fast automatisch. Dann noch, ähm, Ratschur hineinlenken. Jetzt kommen wir zu weit außerhalb. Oh, zu schnell, wir sind zu schnell. Gut. Wir müssen auf der Strecke bleiben, dass wir die Geschwindigkeit halten können. Rechts 3, Sperre außen. 100. So, Ziel, willkommen. Jetzt habe ich mal die Kameraperspektive nicht gewechselt. Im nächsten Rennen kann er dann wieder auf nah machen. Wenn wir nicht schon auf nah sind. Aber wie vorhin erstmal den Ziel angehen. Hey, das Ziel. Und reinsleiten. Haha. Geil. Uh. Und dann haben wir 14 Sekunden rausgefahren. Insgesamt knapp 29 Sekunden. Puh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh, ich dachte, 31 werden wir noch. Ja, sind ganz nah an der Grenze an der 400.000 Credits Marke. Und Level 31 ist eigentlich so gut wie schon erreicht. Neue Fahrer. Marienblau. Okay, ja, na, ja. Hm. Das habe ich jetzt alles verstanden. Neue Lackierung. Skeleton in my car. Neue Veranstaltung. Mit Stolz präsentiert Zitrone. Diese Sonderveranstaltung ihrer Teilnahme wird mit Respekt belohnt. Cool. Neues Auto. Eine Zitrone. DS3 R2. Einen R3. Einen R3 haben wir doch schon. Hanna Savick. Ja, haben wir. Brauchen wir nicht. Neue Teammitglieder. Können wir gleich mal schauen. Und das Aerodynamic Titles für dich. So. Kaufe, kaufe. Neue Lackierung. Und gönnt sich ja sonst nix mit den gut erwirtschafteten Geld. Ein Marineblau. Lasset die Farben walten. Garage. Neue Forschung. Wir können aber einen neuen Mechatroniker. Ähm. Da. Ab Level 32 gibt es wieder neue. Okay, dann warte ich bis dorthin. Mhm. Ne, dann warte ich noch. Dann wird es dasselbe auch. Wir können auch Autos bearbeiten.